Ich brauche Kinder von Bernd, ja. Bernd war schon eine harte Geburt. Ich habe einen Opfer gefunden. Einen Freiwilligen gefunden. Falsche Richtung, Uwe. Da, da. Uh, da ist mein Haus. Wir gehen hier nicht weg, ohne das Problem gelöst zu haben. Ihr meintet, ich muss das so oft replacen, bis Mending kommt. Mending! Oh, sogar richtig gut! Auf geht's in Runde 2, den Dude zu entführen. Ja, ich entführe die sowieso die ganze Zeit. Kohle. Hier kann ich noch mal ein bisschen... Okay, ein paar kann ich mir noch nehmen. Schaut euch das an. Jetzt habe ich 35. Das ist doch schon mal gut, oder? Ich muss noch nach Hause. Warte, in welche Richtung war zu Hause? Ich glaube, in die hier. Wartet mal. 82 Kilometer später. So, war das Uwe? Ja, das war Uwe. Geil. Dankeschön, Uwe. Guckt mal, ich habe Mending. I finally have Mending. Alter, hier müssen wir eigentlich auch mal langschauen, unbedingt. Fui, fui. I am just existent... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh no. Äh, eigentlich geht es mir gut, danke der Nachfrage. Oh freaking hell. Ich glaube, hier ist überall wahrscheinlich Lava. That's not so good. Ich hasse das. Warum ist denn überhaupt so viel... Oh. Warum ist überhaupt so viel Lava im Nether? I don't like it. Weil es... Weil es... Weil es der Nether ist. Oh, verdammt nochmal. Oh. Das war so klar. Komplette... Oh Gott. Ha! Ha-ha! I'm living on the edge, guys. I am living on the edge. Das ist ein Schiff im Sand und was kann ich damit machen? Bluten? Aber, aber, aber wo? How? Ausbuddeln? Ach so, ich muss graben. Okay, wartet. Wie tief muss man ungefähr graben? Uh, wartet. Im Schiff ist irgendwo eine Truhe. Okay. Es folgt eine kurze Bildmontage der baulichen Veränderungen. Das war eine kurze Bildmontage der baulichen Veränderungen. Wie groß ist denn dieses dumme Schiff? Wie soll ich rausfinden, wo das Heck des Schiffes ist? Noch tiefer graben? Lol. Das Heck ist hinten. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo der hier hinten ist. Und wo vorne? Eher bei dem Mastgraben. Aber ich weiß ja noch nicht mal, wo der Mast ist. Hier steht nirgendwo hinten und vorne. Das Ding ist komplett vergraben. Deswegen weiß ich ja gar nicht, wo was ist. Vielleicht hier rein? Ich komme mich halt auch nirgendwo rein. Oh Gott. Oh no, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Warum ist denn hier jetzt Wasser? Warum ist hier denn jetzt Wasser? Hier, Truhe! I found it! Aber es ist nur eine Truhe, oder? Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, das war knapp. Das war sehr knapp. Ich muss mich kurz noch heilen. Und dann muss ich gucken, wie ich an die Truhe am besten rankomme. Wo kommt denn das ganze Wasser her? Aus der Truhe! Das wäre jetzt nicht so gut, ne? Warte. Ich habe den Stuff. I got it. So, ähm. Das hier brauche ich nicht. Den ganzen Sand brauche ich eigentlich gar nicht. So, ich habe eine Buried Treasure Map. War das eine Schatzkarte? Aber da muss ich ja erstmal rausfinden, wo ich hin muss. Ich weiß, hier können noch mehr sein. Aber ich habe überhaupt so keine Ahnung, wie ich hier reinkomme. Ist das hier der Mast? Das ist der Mast. Das mittlere, ne? Und von hier aus soll ich mich runtergraben? Okay, dann probieren wir das einfach mal. Oh, hier kommt das Wasser. Wartet. Aber wo kommt das Wasser her? Genau. Hier kommt das Wasser. Freaking hell. Ich glaube, bevor ich mich hier ran wage, sollte ich erstmal darauf achten, dass ich möglicherweise einen Helm bekomme, mit dem ich länger unter Wasser bleiben kann. Ich glaube, dass das jetzt einfacher ist, als das, was ich jetzt probiere zu machen. Aber ich bin überrascht, dass wir eins an Land gefunden haben. Wir holen uns erstmal unseren Mangrovenwood. Das war eigentlich das, was wir machen wollten. Ich wollte mir eigentlich Mangrovenwood holen. So. Habe ich schon wieder viel zu sehr ablenkt lassen? Was habe ich schon wieder gemacht? Man. Wow, das sieht richtig pretty aus. Oh mein Gott, warte. Das müsst ihr mal ganz kurz appreciaten, ohne Shader. Look at this. Wie freaking pretty ist das? Oh. Das müsst ihr wirklich mal appreciaten. Das sieht richtig pretty aus. Mit Shader sieht das perfekt aus. Run. Run. Brother. Ne. Guckt mal, wie hässlich das ohne Shader aussieht. Dorf, 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 Dorf. Spontaner. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren und schon spontan Kommunismus über das Dorf gebracht haben. Wo sind hier Truen? Gebt mir euer Essen. Gebt mir alles von euch. Don't worry. Das habe ich schon mal geplündert, dieses Dorf. Scheinbar. Weil zumindest sind die Kisten leer. In welche Richtung müssen wir denn? Müssen wir in die Richtung. Oh mein Gott, was ist das? Geist, was ist das? Geist, Leute. Anyone help. What is this? Was tut er? Er steht einfach da rum. Bedrohlich. Da oben ist eine Truhe. Kann ich das überleben? No risk no fun. Das ist mein Motto. Leute, wir schaffen das. Ich will nicht dieses Dingster-Boomster bekommen. Let me just... Ah Gott, da ist noch einer. Die mit dem Banner geben, Omen. Ach so, die anderen kann ich einfach so schlagen. Ja, nur dann. Luna hat Glück. Die haben Gefangene. Wait, die helfen mir doch, oder? Be free, my little ones. Whatever you are, be free. Einfach hier hoch? Am I doing this right? Uh. Muss ich noch irgendwas machen? Nee, du kannst weg. Kommen wir in den Norden, um euch zu nerven. Oh mein Gott, das Biom hatten wir noch nicht. Na immerhin, das ist ja mal was. Was ist denn das schon wieder? Warum brennt es da? Dorf in der Wüste mit Wüstenfestung? Alter. Ah, da ist schon wieder ein Creeper. Wir hatten heute erstaunlich wenig Creeper, muss ich sagen. Ah nee, das... Ach, come on. Freaking hell. Wenn ein Dorf brennt, ist es nicht so schlimm. Wenn ein Dorf brennt, ist es eigentlich immer gut. Blindern und Brandschatzen. Blindern und Brandschatzen. Ich muss in die Richtung laufen. Yes, die Richtung. Das ist die richtige Richtung. I found the way I am going to find it. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ja nun, ich glaube, ich muss den Weg nochmal finden. Oh wartet, ich glaube, ich laufe mal hier rüber. Ich glaube nämlich, ich bin über das Dorf gekommen. Am selben Abend, nur später. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Guys, ich glaube, ich glaube... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein Skeleton auf einer Spinne gewesen gerade. Oh Gott. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Bitte, please. Oh Gott. Please, no. I don't like them. Da ist mein altes Haus. Das heißt, die Mangroven sind da. Da ist das Mangroven. Da, da wollten wir hin. Hier wollten wir hin, Guys. Genau hierhin wollten wir. Guck mal, da ist wieder ein Froggo. Hallo, hallo, hallo. Diesmal schlage ich dich nicht. Er springt einfach schon weg. Weil er Angst hat, dass ich ihn schlage. Das sollte mir zu denken geben. So, ich gehe mich jetzt ertrinken. Das kann das freie Suizidkarte. Ist das doch? Ist das doch? Oh, Scheibenkleister. Hä, warum? Nein, warum wurde mein... Nein. Ich habe das Bett extra abgebaut. Wartet, ich gehe mich nochmal ertrinken. Spawnst du nicht beim Welten spawnen? Den Welten spawnen habe ich schon umgelegt. Aber zu meinem Haus. Ha. Hier habe ich den Welten spawnen nicht hingelegt. Welp, okay. Leute, ich kann in die Zukunft sehen. Und die Zukunft sagt, dass dieses Hühnchen nicht lange leben wird. Okay, schau mich nicht so an. Ich kann das nicht. Oh mein freaking Gott. Ich kann das nicht. Ich habe dir geschaut. Ich habe dir gesehen, wie es mich angeschaut hat. So viel dazu. Ach man. Ich kann doch auch nichts dafür. Es hat mich so leidend angeschaut. Ich kann doch nichts machen. Ach so, machen das echte Männer? Oh, by the way, wir sollten uns die Brücke nochmal angucken. Absolut keine Ahnung, wie ich die bauen werde. Okay, als allererstes müssen wir drei Stämme across machen. Okay, okay, okay. Ja, ob wir das schaffen? Hä? Ach so, hier komme ich nicht hoch. Das ist gar keine Leiter. Ups, oder? Very, very popular. Like me. La, la. Oh. Und es ist radioaktiv. Und es ist radioaktiv.